Willkommen zu einem neuen düster unheimlichen Horror-Let's Play aus dem Hause Keystore. Wir spielen heute gemeinsam die Story von Resident Evil 2, dem Remake und ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Projekt auch mit einer fetten Bewertung unterstützen würdet, denn eure Unterstützung ist wichtig für mich, wichtig für den Kanal. Damals Resident Evil 7 war ja ein mega großes Projekt und vielleicht wird Resident Evil 2 genauso erfolgreich. Wir können jetzt wählen zwischen Leon S. Kennedy oder Claire Redfield. Ich würde sagen wir machen das ganze chronologisch von oben und nehmen einfach mal Leon S. Kennedy. Auf geht's, seid gespannt! Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow, wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tos? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach, kaum. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Äh, sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Hm, weg nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib daraus nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie... Ach, komm schon. Wurde grad gut. Oh, ich sollte mal schlafen. Oh, scheiße. Was soll ich tun? Was mach ich denn nur? Oh, scheiße. Die Gewicht Niemand da? Komisch. Düstere Stimmung. Wir sind bei einer verlassenen Tankstelle. Und das Ganze kommt mir schon sehr, sehr merkwürdig vor. Oder was meint ihr? Okay, der Trucker hat also irgendeine Lady umgefahren. Und die Lady war ein Zombie. Ja, ich habe die Demo nicht gespielt. Die One-Shot-Demo. Wieso? Weil ich hatte jetzt irgendwie nicht so großes Interesse. Da hatte ich keine Lust zu. Gehen wir mal rein. Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. No shit. Also man muss keine Experte sein, um zu wissen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber praktischerweise haben wir direkt eine Taschenlampe gefunden. Das gute alte Leon S. Kennedy Glück. Hey, Meister. Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Du siehst gar nicht gut aus. Oh, irgendwas hat ihn gesnackt. Okay, wir haben Geräusche von der Seite gehört. Richtung Kasse. Oh, scheiße. Hier schon Zombies. Aber die Tür ist verriegelt. Hier komme ich nicht durch. Ich brauche einen Donut. Ich brauche unbedingt einen Donut. Nur mit einem Donut kann ich nämlich mich stärken. Und ein bisschen Hustensaft. Donut und Hustensaft. Das ist die Mischung, die ich brauche, um Zombies zu besiegen. Okay, Buddy. Du bleibst hier. Und Blut ist ein bisschen vor dir hin. Aber nicht zu viel, ne? Ich will dich in einem Stück. Oh, Leon. Ich hoffe, du hast eine Knarre. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir. Nicht näher. Hey, hey. Weg von ihm. Komm fort. Hilfe. Was zum Teufel? Stopp. Ich schieße. Dann schieß, Bruder. Komm nicht näher. Gehst du weg. Das war ein Headshot. Du widerliches Mistvieh. Ich habe nur sieben Schuss. Ich hoffe, du bist tot. Der Kumpel ist erledigt. Wenn ich ihm jetzt direkt in den Schädel schieße, hätte ich doch das Problem gelöst, oder? Geil. Wir können nicht. Was für eine Logik. Normalerweise müsste ich ihm direkt eine Kugel einräumen. Okay, was haben wir hier? Schönes. Schlüsse. Vom Lagerraum. Ja, das Menü kennt man direkt aus Resident Evil 7. Hauen wir hier mal rein. Inventar öffnen. Okidoki. Bleibt der Kollege liegen? Oh nein, Alter. Das kann nicht sein. Ich habe dein Gehirn zerstört. Und ich schieße erstmal schön daneben. Classic Resident Evil. Come on. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition. Alter. Ich muss so schnell wie möglich hier raus. Alles klar. Wichtige Objekte verwenden. So. Schlüssel rein. Benutzen. Schöne Animation. Sieht gut aus. Oh fuck. Der Fettsack hier drüben ist auch mutiert. Oh shit. Alter. Komm schon. Nicht an meinen Hals. Oh Mr. Kennedy. Wow. Sie haben nicht zufällig mehr Munition. Nicht schießen. Runter. Alles gut? Ja. Denke schon. Danke. Dank mir später. Wenn wir sicher sind. Oh scheiße. Oh shit. Oh shit. Los jetzt. Rein da. Festhalten. Was heute geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cobb? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Raccoon City. Raccoon City. Raccoon City. Raccoon City. Raccoon City. Raccoon City. Untertitelung des ZDF, 2020 An alle Einwohner, aufgrund des stadtweiten Ausbruchs, wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden einbedürftigen Kosten frei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber... Was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wollt eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zu... Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Nein, ich kann nicht! Festhalten! Festhalten! Oh, 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 oh. Oh, nein. Claire! Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Oh, fuck. Zombies brennen nicht besonders gut. Habe ich Munition? Natürlich habe ich keine Munition. Aber in den Cutscenes hat er immer so ein paar extra Kugeln. Okay, hier kann ich durch, oder? An den Zombies einfach vorbeirennen. Scheiße. Holy shit. Alle verwandelt. Yep, alles Zombies, Bruder. So ist das eben, aber Gott sei Dank geht's Claire gut. Mächtig. Verdammt mächtig. Achtung, Achtung. Einfach ignorieren. Ja, ja. Stöhnen du ruhig, ne? Können wir mitten durch? Jo, komm schon. Dann rein mit dir. Okay. Ein Riegel davor. Lage ist sicher. Ja, man kann jede Menge Zeug finden. Resident Evil Style. Japano Style. Wir spielen hier immerhin ein japanisches Spiel und dementsprechend spielt man das gefühlt viermal, fünfmal, sechsmal durch, bis man wirklich alles gesehen hat und kann dann immer wieder ein New Game Plus machen mit neuen Waffen und Eigenschaften, war ja schon auch in Resident Evil 7 so. Die Umgebung erkunden. Aber hier komme ich nirgendwo hin. Ist irgendjemand hier? Okay, hier sollen wir draußen bleiben. Böses Eckchen hier drüben. Oh, natürlich. War das klug? Ich gehe da bestimmt nicht unten rein. Ich bin auch nicht lebensmüde, jetzt da unten rein zu gehen. Ne, 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 ne. Munition. Das gefällt mir. Sechs Schuss. Kann ich direkt hier... Ach, geht noch gar nicht. Okay, aber wir können trotzdem nachladen. Ja, wie gesagt, ich habe die Demo nicht gespielt, deswegen Steuerung ist für mich komplett unbekannt. Was haben wir hier? Einen Computer. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Stabile Idee, bin ich ganz deiner Meinung. So, hier haben wir die Kiste. Die Kiste, die Collectors Edition Kiste. Die dient halt als Vorratskammer für all die Dinge, die wir nicht permanent mit uns mitschleppen wollen. Dann die Schreibmaschine. Ganz klar. Zum Speichern des Spiels. Und ansonsten, klar, ich habe den ersten, also den Original gespielt. Ich habe alle Resident Evil Spiele gespielt. Ja, selbst die Spin-Ops wie Raccoon City. So. Oder auch sogar ein paar von den Shootern. Alles mögliche habe ich gespielt von Resident Evil. Okay, hier brauche ich eventuell ein Messer, um das Klebeband zu entfernen. Das gelbe Klebeband, das kommt mir sehr vertraut vor aus Resident Evil 7. Also ja, ich habe den Original-Teil gespielt. Ich werde einfach so ganz unbefangen und ohne Information in die Sache reingehen. Es ist auch schon ewig her. Ich habe den gespielt, als er wirklich rauskam. Als er veröffentlicht wurde. Und ich habe ihn, ich glaube, zweimal gespielt. Ein Löwe. Ein Löwe. Und das letzte Mal, wo ich ihn gespielt habe, ist super, super lange her. Das letzte Resident Evil Spiel, das ich selbst gespielt habe, in jüngster Vergangenheit, war Resident Evil 5 im Stream auf Twitch. So. Da geht auch noch ein bisschen was rein. Elf Schuss haben wir jetzt hier in der Knarre. Ja, der Horror-Faktor ist natürlich nicht so krass, wie in Resident Evil 7. Warum? Weil die Ego-Perspektive halt eine Menge, Menge dazu beisteuert, dass ein Spiel ein Schocker ist. Weil hier sehe ich halt immer so ein bisschen, was von links, was von rechts kommt. Es ist halt anders, als wenn du ein Spiel in der Ego-Perspektive spielst. Ist meine Meinung. Also ich persönlich finde, richtiger Horror funktioniert eigentlich nur in der Ego-Perspektive. Das hier ist eher dann so ein bisschen Grusel. So, hier können wir rein. Kann ich irgendwie die Karte öffnen? Aha, schön. Die Karte benutzen. So. Grünes Kraut haben wir schon mal hier. Dann hier haben wir die Löwenstatue, das ist die Eingangshalle. Komplett durchsucht. Wird durchsucht. Aha. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das Spiel soll auch deutlich umfangreicher sein als das Original. Die Rätsel wurden verändert und auch die Story wurde erweitert, ergänzt. Also was haben wir hier? Ein Save. Ich habe keine Kombination. Deswegen nützt mir das im Moment nicht besonders viel. Aber wir können uns das schon mal merken, obwohl wir müssen uns gar nichts merken. Denn ich glaube, die Karte, ja, Tresor, die übernimmt das Ganze für uns. Was schon mal angenehm ist. So. Was haben wir hier? Eine Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Man muss es auch so aussprechen. Raccoon City. Umbrella, natürlich. Der Megakonzern. Das Weißenhaus. Ganz viele weißen Kinder und ein pharmazeutischer Konzern, der komische Sachen macht. Na, ist eine schöne Mischung. Kann ich mir nicht hier eine Limo nehmen? Ich hätte gerne eine Limo. Okay, hier sehen wir ein Symbol. Wir besitzen den Schlüssel noch nicht. Wer mein Unboxing zur Collectors Edition gesehen hat, der hat auch die ganzen Schlüssel gesehen. Also kommt mir dir hier schon mal vertraut vor. Gut, also wir haben hier eine Löwenstatue. Da können wir irgendwas mit den Symbolen machen. Was genau, wissen wir nicht. Ich habe nämlich keine Reihenfolge. Und wild probieren ist, glaube ich, jetzt auch nicht so intelligent. So, hier haben wir irgendeine Aussparung. Dann haben wir hier eine Tür. Gib mir mal die Karte. Die ist auch zu. Und dann haben wir nur den Scheißdurchgang, wo steht, bitte, bitte, bleib weg. Unten am Boden ist Blut. Ich meine, das ist Klebeband. Das kannst du mit den Fingern entfernen. Oder mit dem Schlüssel, den du dabei hast. Rauskratzen. Aber nein, wir nehmen den blutigen Weg. Wir gehen rein in die Blutpfütze. Clever, Junge. Muss schon sagen. Intelligenter Move. Okay. Ob es hier Embleme gibt? Wie in anderen Resident Evil-Teilen? Oh, ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Ein Sicherungskasten. Und es fehlt. Eine Sicherung. Natürlich. Ist das Wasser oder Blut? Nur Wasser, oder? Ach, alles hier ist zu und verrammelt. Ganz schön dunkel hier drin. Ich habe elf Schuss. Verdammt sind das große Schuhe hier drüben, oder? Schuhgröße. Kindersarg. Du schaffst das. Ja, ja, wir schaffen das. Oh, hey. Ein Riese. Ist das ein Joint, der hier am Boden liegt? Oder nur Dreck? Okay, hier geht es durch. Was haben wir hier? Halten. Komm schon, du bist ein großer, starker Junge. Alles klar. Oh, fuck. Das Ding hier scheint mir nichts zu bringen. Oh, fuck. Ein fetter Mann. Und jede Menge Blut. Oh, Gott. Ja, so eine Scheiße geht nie gut aus. Aufmachen. Schnell. Okay. Äh, eine Kette. Aufmachen. Was denn aufmachen? Mach die verdammte Tür auf. Welche verfickte Tür? Ich versuch's. Oh. Bitte. Geben Sie mir die Hand. Ich hab sie. Jetzt die andere Hand. Oh. 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 Oh, shit, Alter. So viel zum Thema durchhalten. Mmh, yummy. Eingeweide. Oh, was haben wir hier? Ein Notizbuch eines Polizisten. Sehr kryptisch, sehr, sehr kryptisch. Ah, wie der Löwe geht. Löwe, Kraut, Adler. Aha, okay. Ah, und wenn wir den Löwen machen, bekommen wir wahrscheinlich eins von diesen Teilen für die Statue. Wer baut denn sowas in der Polizeistation? Junge, Junge, Junge. Mich hat es ganz schön zerrissen, oder? Oh, scheiße. Oh, fuck it. Mr. Policeman. Ey, ich muss unbedingt mein Aim stärken. Und die müssen unbedingt lernen, was Headshots sind. Waren das fünf Kugeln, die ich jetzt in den reingehe? Oh, yo. Kumpel. Ich habe gesagt, ihr müsst lernen, was Headshots sind. Ich habe fickt noch eins. Nix wie raus hier. Okay, also Headshots gehen euch am Arsch vorbei, ja? Scheiße, die sind überall. Klar sind die überall. Was ist das hier drüben? Was bringt das hier? Okay, Licht. Was habe ich gefunden? Munition. Oh, scheiße. Du warst doch tot, Alter. Come on. Okay, Headshots juckt die nicht besonders. Ich renne. Ich renne. Ah, verfickt. Noch eins. Nix wie raus hier, Alter. Die sind aber ganz schön robust. Okay. Ich verpiss mich erst mal. Oh, shit, Mann. Der Junge macht es aber auch spannend. Verdammt! Pass auf! Verstanden! Bah! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brunner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte... Ich konnte nicht... Hier. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte ich, wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, erliert. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut. Du rettest dich selbst zuerst. ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Klar, natürlich. Ich stelle keine Fragen, sondern baller ihm direkt in den Schädel. Aber die sagen ja immer, ja, juckt mich nicht. Juckt mich nicht. What? Hab ich jetzt das Messer nicht genommen? All right. L1, R2. Schlitz. Sag mir nicht, ich kann da nicht mehr durch. Hab die Demo nicht gespielt, Freunde. Hab sie nicht gespielt. Ist neu für mich. Komm ich hier nochmal durch? No. So, schauen wir mal. Ja. Ja. Sicherungskasten. Aber ich wette, es gibt noch einen alternativen Weg. Denn hier sieht man ja noch mehrere Räume. Toilette. Hier waren wir. Hier konnten wir nicht rein. Das war ja noch zu. Ja, wird irgendwie schon was gehen. Irgendwann irgendwie. Ich bin verletzt. So, jetzt kann ich das hier mit dem Messer entfernen. Das ist Klebeband, Bruder. Ohne Scheiße, das hätte ich dir mit den Fingern runtergerissen. Du bist ja eine Pussy. Ja, ich mir auch nicht. Gehen wir mal rüber zum Löwen. Was war das? Löwe, Blatt und Vogel. Irgendwas, irgendwas Vogelartiges. Probieren wir es. Also. Ah, da war der Löwe ja schon. Löwe. Ah, da war das Kraut. Bin mal zu schnell. Yeah, Baby. Und wir bekommen ein Medaillon. Lion. Okay, ich würde sagen, wir legen mal den Schlüssel weg. Reiß dich doch zusammen, Kumpel. Schau dir mal hier unten deinen Kollegen an, ne? Der hat ein Loch im Bauch und der ist cool. Ja, es gibt wahrscheinlich auch eine richtige Reihenfolge. Hm, ich benutze es jetzt einfach mal. Ah ja. Das hat er jetzt von alleine gemacht. Es scheint so. Aber der Durchgang ist noch nicht offen. Halt durch, na? Ich kann ja ein bisschen Kraut auf die Wunde drücken. Vielleicht hilft das. Aber ich bin auch ganz schön angeschlagen. Es sind beide ziemlich verkrüppelt. So, den Schlüssel. Den hauen wir da mal rein. Denn ich denke mal, der ist im Moment nutzlos. Heilende Objekte, blablabla. Ich weiß, ich weiß. Ähm, hm. Ich kann mir, glaube ich, jetzt hier drüben, noch ein Kraut. Noch ein weiteres Kraut besorgen. Ja, hier ein grünes. Und wir alle wissen ja, man kann das auch verbinden. Kombinieren. Und jetzt habe ich hier super krasses Super-Weed. Und das ballere ich mir jetzt durch die Nase. Benutzen. Oh, geil. Ich fühle mich direkt frisch in der Hose. So, hier noch ein bisschen Munition. Kann das Messer kaputt gehen? Weil hier unten ist so ein Balken. Kann sich das abnutzen? Das wäre gar nicht gut. Das würde mir gar nicht gefallen. Dunkel, dreckig und voller Zombies. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Falls das Video ab 18 ist, dann ja, ist es, wie es ist. I'm so sorry. Mir tut's mehr weh als euch, denn ich verdiene damit kein Geld. Und das ist ganz schön ekelhaft. Das tut ganz schön weh, wenn man kein Cash macht mit seinem Job. Bis zum nächsten Mal. Bewerten. Ganz viel Liebe da lassen. Und Tschüss.